Über 1000 Menschen sind gekommen, um eines zu demonstrieren. Würzburg ist bunt. In Würzburg ist kein Platz für Hass. Dafür stehen wir gemeinsam. Ein Motto, das verschiedenste Organisationen und Gemeinschaften zum Anlass nehmen, in der Stadt Klarstellung zu beziehen. Gegen Fremdenhass und Rechtsextremismus. Hier ist ein ganz, ganz breites Spektrum, vereinigt aus allen demokratischen Parteien, aus ganz vielen kirchlichen Organisationen und bürgerschaftlichem Engagement Gemeinden. Und die muslimischen Gemeinden haben sich auch beteiligt. Und die jüdische Gemeinde, also ganz, ganz breit. Und auch Ökopax, also was sie sich nur vorstellen können an Initiativen und Vereinen in dieser Stadt, hat sich da zusammengefunden, um das hier vorzubereiten. Aus aktuellem Anlass, nach den schockierenden Erkenntnissen und Ereignissen rund um das Treiben und Morden der Zwickauer Rechtsterroristenzelle, möchten die Würzburger ein Zeichen setzen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Bund und gegen rechts. Oh, die ist Zeit, ein Zeichen zu setzen, ja. Den Faschisten mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist ganz entscheidend, ja. Dafür bin ich da, selbstverständlich. Gegen Fremdenhass und Rechtsradikalismus, gegen die Neonazis, gegen die braune Brut. Ich bin auch Pfarrerin und möchte es gerne unterstützen. Und ich denke, es ist eine gute Sache. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr kommen auch, damit man ein Zeichen setzen kann. Vor dem Rudolf-Alexander-Schröder-Haus sammelt sich ein Lichtermeer. Würzburg hat an diesem Abend ein Zeichen gesetzt. Den Veranstaltern geht es allerdings auch um Prävention. Der anschließende Vortrag hat den Schutzjugendlicher vor extremistischem Gedankengut zum Thema. Es ist immer wieder neu ins Gedächtnis zu rufen, dass Hass und Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung und das Ausstoßen von irgendwelchen Gruppen aus der Gesellschaft, dass es keinen Platz bei uns haben darf. Dass wir für eine offene, freiheitliche Gesellschaft eintreten wollen als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Am Denkmal der Versöhnung lassen viele ihre Kerzen stehen. Ein passendes Zeichen. Wurde es doch errichtet, um dem Völkermord der Nazis an Sinti und Roma zu gedenken. Wurde es doch errichtet, um dem Völkermord der Nazis an Sinti und Roma zu gedenken. Wurde es doch errichtet, um dem Völkermord der Nazis an Sinti und Roma zu gedenken.